Beim Release Bending wird ein Ton zuerst hochgezogen, anschließend entspannen die Greifinger und gehen in die Ausgangslage zurück. Dadurch erklingt erneut der Ausgangston, ohne dass er erneut angezupft wird. Halbton Bending mit anschließendem Release Bending. Ganzton Bending jetzt im zehnten Bund mit anschließendem Release Bending. Die komplette Übung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017